Grüß euch, ich bin der Martin Koch. Hallo, ich bin die Hanna Wiegele. Hallo, grüß euch, ich bin der Thomas Morgenstern. Ich denke da, dass ich bei Voxipedia euch ein paar Kärntner Mutterbegriffe erkläre. Du, Thomas, wir wollen jetzt alle davon reden. Was ist eigentlich ein Leitzins? Martin, du Schärfel, sicher weiß ich das, ha? Also, ein Leitzins ist keine Erfindung von uns und ärgern möchten wir euch natürlich auch nicht. Aber es ist ein Zins, der von der Zentralbank festgelegt ist. Fertig. Wenn auch ihr findet, dass viel mehr Kärntner Mutterbegriffe erhalten können, schickt uns eure Vorschläge auf volksbank-karianten.at. Die kommen dann ins Voxipedia rein und ihr habt die Chance, mit einem bisschen Glück eine Kärntner Wirtshaltspartie mit euren Freunden zu gewinnen.